Ja, die Frauen am Brunnen, am virtuellen Brunnen und wir sind am vorletzten Tag dieses Jahres 2022 und wir könnten ja mal sehen, was wir aus dem Brunnen gefischt haben oder gezogen. Man macht das ja so im Allgemeinen, holt den Eimer hoch, man weiß, was da drin war. Na, gucken wir mal heute. Wie immer machen wir erst mal ein Check-in und wer mag anfangen? Vielleicht die beiden, die da zusammen dick eingepackt. Ist es so kalt in Kalifornien? Ich höre euch noch nicht. Okay. Ich war gerade dabei, uns zu umzunennen oder wie heißt das? Den Namen zu verändern, ja. Das kann ich auch machen, wenn du magst, wenn du so lange. Oder Beatrice, fang du an? Jetzt auch. Okay. Ja, fang du an. Nein, nein. Du bist die Jüngste von uns. Genau, hast einen Vortritt. Ja, wir kommen gerade vom Frühstück mit unserem liebsten Vater, der in Pension ist und er ist unser, heute ist das Fest der Heiligen Familie und wir haben, unsere Familie ist jetzt so klein geworden, dass wir, ich habe ihn gefragt, ob er uns zu unserer Familie gehören würde und er hat gesagt, nein. Und dann war ich ganz erstaunt und dann hat er gesagt, ich bin schon in eurer Familie. Das war ganz lieb. Beatrice ist hier. Oh, you can tell what you're doing. Ja, wir versuchen, die Festtage zu feiern. Ich habe mein großes Stravinsky-Konzert am 15. Januar und es ist eine komische Weihnachtssaison für mich, weil ich nur üben kann. Also ich muss wirklich diszipliniert sein. Es ist ein riesengroßes Programm und sehr, hallo, Anna. So, ja, genug von mir, Beatrice? Nichts. Die Vögel, was hat Goethe geschrieben? Die Vögel schweigen im Walde. Okay, dann rede ich für dich. Nein, 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 nein. Sie muss schon selber für sich reden. Die Mama kann nicht alles machen. Nein, aber ich habe kein Deutsch gesprochen in den letzten Monaten. Ja, jetzt ist die Gelegenheit. Genau. Zu üben. Ich weiß nicht, was ich sagen kann. Ich bin hier aus Portland, Oregon und es ist so 20 Stunden bei Auto. Beim Auto? Mit dem Auto. Mit dem Auto. Und ich werde, naja, die letzten zwei Wochen, ich habe, How do I explain this? Ich war bei meiner Großmutter's Haus. Sie ist gestorben in 2019. Aber das ist gerade jetzt, dass wir können alles anschauen und wegnehmen von das Haus. Und es sind alle so Fotos und, what are letters? Briefe. Briefe und Dokumente. Ja, und, ja, I don't know what I want to say. Und Kunst, sehr viel Kunst. Mein Großgrossvater, sag ich so. Ur-Ur-Ur-Ur-Grossvater war ein Maler. Und so sind sehr viele so Sketches und Sachen. Und es war eine sehr schwierige Arbeit, alles zu anschauen und, how do you say decision? Entscheidungen. Entscheidungen. Ja, was ich möchte keep aufbewahren. So, das war die letzten zwei Wochen. Und das ist die einzige Sache, die ich gemacht habe. Und dann, das war ein kleines Weihnachtsfest mit meiner Familie und die Familie meiner Freundin. Von meinem Freund. Meinem Freund. Und wir gehen zurück nach Portland, so in ein, I don't know, drei Tagen oder zwei Tagen. Und, ja, was, what else? Schon genug. Schon genug. Okay. Ja, dann kannst du weitergeben. Willkommen, Gisela. Möchtest du ein Check-in machen? Kann ich machen. Bin ein bisschen aufgeregt, aber durch euer Vorstellen jetzt bin ich schon ein bisschen angekommen. Ja, gut. Weihnachten ist dieses Jahr ganz anders gewesen. Dadurch Trennung bedingt jetzt und die Kinder dann beim Vater. Ich hatte viel Zeit. Das war aber richtig gut. Das war echt entspannt, weil keine Konflikte und nichts. Also, ich habe es wirklich genossen. Ich darf es denen vielleicht nicht so erzählen, aber es war wirklich gut. Ja. Magst du dann weitergehen, wenn du denkst, du bist jetzt gerade fertig? An Marie-Ros. Hallo. Ich habe ganz viel diese Tage gelebt. Bei uns ist Weihnachten in der Familie jetzt auch ganz anders, da meine Mutter jetzt im Altenheim ist. Und die Familie sich auseinanderlebt jetzt. Und ich habe sie zu den Augen, dass jetzt ist so ein Nullpunkt und da kann was Neues kommen. Und an Weihnachten selbst ist auch was Neues gekommen. Und das geht mir sehr gut damit. Ich habe ganz viele Kontakte gehabt diese Tage. Auch heute Nachmittag war eine Freundin da, die nur ab und zu hier im Hunsrück ist und die mich heute besucht hat, wo wir trotz Regen ein bisschen an der frischen Luft herumgegangen sind. Und ja, damit bin ich hier so gemütlich bei ein bisschen Kerzenschein und in der Ruhe. Eigentlich auch nicht jetzt wirklich mit irgendeinem Thema, sondern eher noch so ein bisschen runterkommen von dem ganzen Jahr, wo bei mir ganz extrem viel Unterschiedliches passiert ist. Und ja, also so bin ich da. Ich gebe weiter an dich, Anna. Ja, also ich bin Anna, ich bin jetzt gerade heimgekommen vom Tanzen, Contact-Tanzen und das nährt mich so sehr, es kann ich gar nicht öfter beschreiben, weil ansonsten ist mein Leben sehr, ich bin heute ganz überrascht gewesen, dass ein Freund gesagt hat, ich erzähle immer mein Leid sozusagen meines Alleinseins. Und das ist an Weihnachten besonders schlimm und eben, also das war ein Feedback, wo ich überrascht war und habe mir gedacht, ich bin gespannt, was jetzt heute das Thema hier ist. Aber das ist so ungefähr mein Thema, weil ich mir denke, das ändert sich nie. Genau, aber wie gesagt, Tanzen mit Live-Musik, also das ist einfach näherend. Ich gebe weiter an die Erika. Oder hast du schon? Nee, ich hoffe noch nicht, danke Anna. Ja, ich bin die Erika, ich bin in Niederbayern, Gisela, dass du mich ein bisschen einordnen kannst zwischen München und Passau. Genau. Mein Weihnachten war auch ganz unerwartet. Erst hat es so ausgeschaut, als wenn ich alleine feiern würde, weil mein Mann mit meiner Tochter nach Italien gefahren ist, weil es der ziemlich nicht so gut ging. Und dann kamen die aber doch und dann kam auch noch das Kind von meiner Tochter und kam auch noch das zweite am nächsten Tag. Also wir haben, es war ein, ja, also so ein bisschen durcheinander und ich habe das aber eigentlich sehr genossen, weil ich so dieses traditionelle Weihnachten, ja, mich da sowieso so weit ich kann, davon verabschiedet habe. Und genau, im Moment ist es so, dass bei uns das Haus voll ist. Im Moment lebt meine Tochter mit ihren zwei Kindern hier und wir haben ein sehr kleines Haus. Jeder hat nur ein kleines Zimmer, also es ist so ein kleines Austragshäuschen. Ich schlafe momentan im Wohnzimmer auf einer Matratze und meine Tochter mit ihren beiden Kindern in meinem Zimmer. Und ehrlich gesagt genieße ich das auch ein bisschen, sodass das alles so unkonventionell ist und so ganz irgendwie aus der Art und nicht so gesittet und so wie sich alles gehört. Und das, ja, das, das, und es ändert sich auch viel und, ja, es sind so Situationen, die, ja, nicht, ja, wie soll ich das sagen, also jetzt einfach auch nicht so ganz nach der Regel und so ganz bieder und so ganz spießig und so, so wie ich mir jetzt eigentlich schon so die letzten zwei, drei Jahre vorgekommen bin. Also ich lebe auch so ein bisschen auf im Improvisieren, das mag ich eigentlich auch total gerne und ich freue mich komischerweise sehr auf das neue Jahr. Das ging mir jetzt schon seit einigen Jahren nicht mehr, da war das irgendwie so, naja, also ich merke so Lebenskräfte gerade auch wieder. Genau. Dann, genau, und Viktoria und Beatrice, ihr zwei schaut es wie aus, wie aus dem Film irgendwie, so wie ihr angezogen seid und euer ganzer Hintergrund, wo ich mir denke, ja, wo sind die denn jetzt irgendwie gerade? Genau. Dann, Annalisa, magst du weitermachen? Sieht nicht wie Kalifornien aus, die beiden sind. Irgendwo in Bayern, auch in einem oder so. Sibirien oder keine Ahnung. Annalisa, Gott. Ja. Ich habe dieses Jahr eine sehr abwechslungsreiche Zeit gerade hinter mir. Ich habe Heiligabend mit einer Freundin verbracht. Dann war ich ein paar Tage in Köln zu Besuch, eine Freundin besuchen und wir haben auch sehr intensive Gespräche geführt. Dann war ich ziemlich übernächtigt, muss ich sagen, als ich zurückkam. Also mir hat diesmal die Zugfahrt ziemlich viel ausgemacht. Das ist unüblich. Also eigentlich liebe ich Zugfahren, aber es war einfach zu viel los und zu viele Eindrücke. Dann von zu vielen Menschen gleichzeitig, hatte ich so das Gefühl. Und bin schon so ein bisschen, also ich habe jetzt gestern einen Jahresrückblick und Vorausblick gemacht mit einer Gruppe und heute mit meinem Arbeitsprojekt. Ein Rückblick und Vorausschau. Und persönlich bin ich auch stark schon am Organisieren, weil ich meine Fühler Richtung Südungarn ausgestreckt habe. Da werde ich, habe ich meine Ferienwohnung organisiert und werde Ende Januar, Anfang Februar die Gegend erkunden. Und wenn alles gut geht, so wie ich das plane, werde ich noch im Februar umziehen nach Ungarn. Und das beschäftigt mich momentan natürlich auch sehr. Genau, und dann gebe ich weiter an die Monja. Ja, tut mir leid, dass ich zu spät war, aber ich hatte technische Probleme. Aber gut, ich habe sie wieder bewältigt. Ihr habt, ich tut mir leid, ich habe jetzt die Mal los und nicht gehört, wie es ihr gegangen ist. Aber ja, meine Tochter, wo wir also feiern wollten, ist am 24. positiv getestet worden. Und daraufhin ist das Ganze also umgeschichtet worden. Und wir haben nur mit unserer zweiten Tochter gefeiert. Und die Tochter ist aber schon nach zwei Tagen, sie hat so einen hohen CT-Wert, sie ist eigentlich nicht ansteckend. Sie ist schon immun praktisch. Sie hat es ja jetzt schon so oft gehabt und so oft geimpft. Also sie ist nicht ansteckend, aber leider eben die Feiertage waren dadurch anders. Aber sonst waren sie sehr gemütlich und ja, also wir sehen Silvester gelassen entgegen. Wir werden morgen uns die Fledermaus anschauen, aus der Volksoper. Die wo, ich weiß nicht, wie weit ihr vertraut seid mit der Fledermaus. Aber da gibt es also einen ständig betrunkenen Gefängniswärter, den Frosch. Und der wird dort von einer Frau gespielt. Und diese Frau hat die Burschaft gespielt in Salzburg im Sommer. Also sie ist eher so und soll aber ausgezeichnet, wir haben schon gesagt, das ist wahrscheinlich so, das schauen wir uns nicht an. Und jetzt haben wir über Kritiken gelesen, dass sie das also ganz anders anlegt und eher also eben auf das Gendern und ein bisschen so. Also wir schauen uns an und ich werde euch dann berichten, wie eine Frau als Frosch ist, sie ist ein Fröschin sozusagen. Und ich nehme an, in Amerika ist es eisig und kalt, so wie ihr angezogen seid. Und ihr habt ja Winterstürme, habe ich gelesen, sind aber nicht zu uns gekommen. Also wir haben es sehr angenehm und ja, also durchaus und angeblich wird schon der Silvesterpfad aufgebaut, rund um die Innenstadt und die Massenströmen. Also wir werden uns fernhalten von alledem, das ist nichts unseres. Ja, waren schon alle dran? Ja, jetzt bin ich noch dran. Sonst haben wir die große Runde, die wir heute haben, schon ziemlich durch. Ja, von wegen Winterstürme, ich habe Heiligabend mit den Leuten, die jetzt gerade hier rumtanzen. Draußen in der Sonne haben wir nachmittags Kaffee, Kuchen und solche Sachen gemacht. Und am nächsten Tag war ich bei meiner schwedischen Freundin, auch mit, ich habe die Brasilianer hier, das Ehepaar und noch, da sind noch zwei weitere Frauen dazugekommen, die jetzt hier sind und eine davon ist auch mit zu meiner Freundin und dann haben wir schön gegessen, war auch vollgeschlagen, wie immer, sodass man anschließend einen Schnaps braucht, war aber durchaus sehr vegetarisch, was meinem Geschmack nicht so ganz entgegenkommt, aber naja gut, hin und wieder geht es auch mal. Ich denke immer noch an die Weihnachtsgans von früher, wo man für die ganze Familie, für sieben Leute eine einzige Gans hat und da war ja noch die Tante dabei. Und also da hat jeder wirklich nur mal so ein Stückchen Fleisch gekriegt, aber die Thüringer Klöße und die Soße, die waren halt einfach immer gut. Und manchmal denke ich da dran zurück. Ja, ansonsten, ja, wir haben noch immer 15 Grad tagsüber und nachts ist es ein bisschen kühler, aber auch nicht so ganz kalt. Und ich, das ist ja auch der Grund, warum ich in Italien bin, denke ich, ist einfach wärmer. Ja, ansonsten sind wir am Brunnen und ich dachte, wir schöpfen noch einmal in die Tiefe und gucken mal, was da rauskommt. Was kommt? Ein Fisch oder vielleicht die Kugel, die goldene? Ich sehe gerade, es ist jemand neuer da, die Gisela. Ah ja, die habe ich euch im Brief geschrieben und die Gisela war schon dran. Und es tut mir leid, dass ich die Vorstellung versäumt habe. Kannst du noch zwei Worte über dich sagen, Gisela? Okay. Ich habe Viktoria bei einer Fortbildung kennengelernt und darüber ist der Kontakt dann so entstanden. Ich sitze minnen bei Hannover, also norddeutsch, mehr oder weniger norddeutsch. Und ja, bin schon länger auf dem Weg, sage ich jetzt mal so und suche eigentlich immer mal wieder Weggefährten. Gerade wenn man so und sonst so für sich alleine sich weiterentwickelt. Die Daniela kenne ich, die kennt ihr, glaube ich, auch, die Daniela Borsche. Und Helmut Dörmann, das sind die, die in Minden sind, beziehungsweise ich über Zoom in der Meditationsgruppe morgens bin. Das ist richtig schön und auch wirklich so ein Anker für jeden Tag. Ja, und ich gucke jetzt einfach mal. Mit der Daniela habe ich auch lange Jahre zusammengearbeitet im Integral. Die ist toll, ja. Deine Frau. Okay, ja. Danke. Das andere ergibt sich, glaube ich, dann so ein bisschen. Danke. Ja, gut. Wo sind denn die Fische oder die Frösche oder wo du von der Frösche gesprochen hast? Hast du einen Frosch dieses Jahr hochgezogen aus dem Brunnen oder planst du das für nächstes Jahr oder was möchtest du da gern? Als dem Wasser ziehen oder das ist dir entgegensprudelt. Wenn Monja nicht anfängt, kann jeder anfangen, der schon einen Fisch hat oder was immer das ist. Ich finde das Bild gerade so schön. Das passt zu meinem Jahr. Also der Brunnen war ganz klar trockengelegt. Und ich habe jetzt dieses Jahr die ganzen Steine geborgen und er fördert jetzt auch wieder. Also es hat sich ganz viel getan. Also so bildlich passt das richtig gut. Ja. Ja. Also ich habe ein paar Krebse hochgezogen mit so Scheren, die zuschneiden zwischendrin. Und dann habe ich aber auch wieder ein paar schöne Muscheln, die sich so offen waren. Und ja, auch ein paar Algen, die gesagt haben, sie möchten lieber im Garten wachsen und nicht so sehr im Brunnen und sich zu schönen Pflanzen entwickeln. Und ja, wie kann man denn das jetzt symbolisch sagen? Vielleicht eine Lilie hochgeholt. Etwas, was Schönheit ist und Freude verbreitet und Ruhe auch. Das ist der Kurzbericht für mich. Ich glaube, meine Brunnen sind super. Durcheinander? Nein, nicht durcheinander. Es ist eigentlich sehr lecker, aber komplex. Komplex, das Wort? Ja. I don't know. Ich habe sofort an einen Spruch von Tickner Hahn mich erinnert. Also jemand muss es übersetzen. No lotus. No mud, no lotus. So I don't know what mud is auf Deutsch. No mud, keine Lotus, keine Lotusblume. Ja, so, ja, für mich ist dieses Spruch sehr wichtig, weil ich bemerke, dass ich wirklich mehr wachsen kann, wenn ich leide. Also, natürlich möchte man nicht leiden, aber trotzdem lernt man sehr viel mehr und man wächst dann auch sehr viel mehr. Irgendwie braucht man doch dieses Mud. Wie heißt das auf Deutsch? Mud? Lamm. Schlamm. Schlamm, ja. Oh, Schlamm, okay. Ist das in Österreich anders? Also, ich würde immer Matsch sagen bei uns in Coburg. Nö? Nein, nein, der Schlamm ist ja so. Die erdige Schlamm. Matsch kann auch ein Erdäpfel, würde ich sagen. Okay. Ja, Schlamm. Wir sagen auch Schlamm. Also, das ist das Wort, das ich dafür kenne, wenn Pflanzen daraus wachsen können. Ja, vielleicht. Und der Matsch ist mehr das, was du auf der Straße hast, wenn man bei uns durch die Waldwege geht oder so. Und da musst du hüpfen. Das ist dann der Matsch. Der kann wiederum aus Schlamm sein, der Matsch. Ich habe es aber immer so verstanden, dass es auch so ein bisschen dieser richtige Mist ist, der auch ein bisschen stinkt. Ja, aber da ein guter Dünger ist für das Wachstum. Ich mag nachfragen. Also, ich habe jetzt so das Gefühl, diese Metapher mit dem Brunnen, also die ja auch natürlich eben mit unserem Namen zu tun hat. Das war jetzt eine Einladung auf einen Rückblick oder sowas. Wie war das Jahr? Ja, was du aus dem Brunnen hast schöpfen können, ja. Und was du hoffst, möglicherweise, wenn du das noch dazufügen willst, nächstes Jahr im Brunnen vorzufinden und hochziehen zu können an dieser, wie nennt man das? Da ist doch so eine Seilwende. Seilwende? Seilwende. Genau. Also, ich habe heuer noch wenig Jahresrückblick gemacht und ich bin auch gerade, also so von der Stimmung her, also wirklich, also so, ich bin weiterhin eine, die sehr, sehr in Extremen, also entweder ich bin total in so einer Art Verzweiflung und es tut sich nichts und ich halte es nicht aus. Und dann will ich auch, dann erwarte ich auch gar nichts mehr von der Zukunft. Also, ich frage mich auch, soll man jetzt visionieren oder soll man endlich annehmen, lernen, was kommt, also mit dem Leben mitschwingen. Also, ich bin wirklich, ja, so gerade in diesen Zeiten, wo ich sehr auf mich zurückgeworfen bin, bin ich sehr, ja, auf dieser eher dunklen Seite. Also, da ist wenig Kraft da und damit auch, ja, auch so wie, so ein Urteil ist so schnell da. Da wird sich nie was ändern, also einfach, weil ich schon so viele Jahre einfach so ähnlich verbringe und dann voller Elan manchmal bin und dann aber wieder am Ende des Jahres sitze ich wieder da sozusagen und dann ist ja, ich bin ja heuer 70 geworden. Genau, genau. Und die Hauptfrage, die ich so mir stelle, ist, ich habe so schönes Feedback gekriegt, was für eine tolle Frau ich sei. Also, das ist beim Fest ist es gewesen, also ganz viel Wertschätzung und, also, das habe ich gar nicht eingefordert, sondern das ist entstanden und aber auch so von Freundinnen aus, die ich halt per Zoom treffe und so. Und trotzdem ist die Ernte hier, die, das, was ich aus dem Brunnen ziehe, ich habe ja auch einen Live-Brunnen, aber das sind, es sind keine wirklichen Freundschaften, also ganz nahe Freundschaften entstanden oder in meinem Leben. Und das ist das, was mich, was mir, ja, was mich sehr beschäftigt und schmerzt. Danke. Ja, mache ich mal weiter. Ich habe dieses Jahr etwas aus dem Brunnen gezogen, was zuerst aussah wie eine Goldkugel und dann hatte ich das Gefühl, nee, sie ist aus Stacheldraht und inzwischen wandelt sich und könnte ein Diamant werden, also, aber das steht noch nicht ganz fest. Das heißt, auf jeden Fall ist es durchaus wertvoll, auch wenn es dazwischen sich wie Stacheldraht angefühlt hat. Und, also, das Gold passt in dem Fall recht gut, weil ich seit 2021 wieder angefangen habe, mich mit dem Thema Währungen zu beschäftigen und im Dialograum Geld ja mitgearbeitet hat. Und das hat auch tatsächlich mit dieser Tätigkeit zu tun. Ja, und auch ansonsten, zwischenmenschlich war es auch so eine Mischung aus Goldkugel und Stacheldraht und Diamant. Also, das ist gerade, kommt mir gerade so als Bilder. Und ich hoffe, dass die Diamanten mehr werden nächstes Jahr. Ja, dann mache ich weiter. Also, dort, wo die Anna hinkommt, bin ich selten, weil ich, ich weiß nicht, ich habe offensichtlich von Geburt an sehr viel Licht um mich und in mir. Und ich habe jetzt, ich glaube, ich habe es auch schon erwähnt, diesen Autor Keith Martin Smith, der über Zen schreibt. Und dann gibt es der Heart of Zen, wo zwei Männer sich, also der Lehrer und der Schüler sich unterhalten. Und ich habe gemerkt, also es ist, es gibt eine typisch männliche Art, sich der Spiritualität zu nähern. Und für mich geht sie auch immer über den Körper. Also, wenn ich die Sprache nicht brauche, wenn ich jemandem körperlich begegne, bin ich also wirklich viel eher im Non-Dualen oder halt nicht im Dualen. Ich sage mal so, während für Mann offensichtlich die intellektuelle Analyse vorher und nachher und währenddessen möglicherweise notwendig ist. Ich bin also sehr in diesem Jahr, ich weiß nicht, das ist ja nicht, meinst du jetzt den Brunnen das ganze Jahr oder nur unsere Gemeinschaft hier? Also, im ganzen Jahr, also ich bin... Ja, es wird immer weniger, es reduziert sich, obwohl ich körperlich noch immer gut drauf bin. Auch mein Gewicht reduziert sich weiterhin, möchte ich stolz vermelden. Und das ist auch der Vorsatz, den ich... Der einzige Vorsatz, weil ich mache nie Vorsätze fürs neue Jahr, den ich also beibehalten werde. Ich werde dieses Intervallfasten weitermachen und damit kann ich leben. Und offensichtlich geht es ganz allmählich dann mit so Plateaus immer wieder ein bisschen runter. Und ich bewege mich daher auch schneller und das ist schon wichtig in unserem Alter. Mein Mann ist also nicht so gut drauf mit dem Gehen. Und da wir schon Jahrzehnte zusammen sind, also bemühe ich mich natürlich, ihn auch zu stützen und zu unterstützen. Und zugleich mich nicht zu sehr davon deprimieren zu lassen. Goldeine Kugeln, die rollen wir davon. Stacheldraut brauche ich nicht. Also mir geht es vor allem, glaube ich, ums Wasser. Also um Durst und um Wasser und um, ich habe auch relativ viel Wasser so im Horoskop, in meinem Radix. Und zugleich akzeptiere ich, dass ich also immer kürzer und aber auch genauer werde, was ich spreche, wie ich mich ausdrücke, was ich vermittle. Und trotzdem kann ich natürlich nie abschätzen, wie ihr mich seht und wie ich bei euch ankomme, wie weit ich ankomme, wie weit ich vermitteln kann, was ich sagen will. Und das ist für Übersetzerinnen auch eine harte Erkenntnis, aber so ist es eben. Aber jedenfalls ist mir jede einzelne von euch in diesem Jahr wichtig gewesen. Manche noch wichtiger als andere, die mich sogar in der Nacht aufgeweckt haben, wenn ich mich daran erinnere. Aber ich bin sehr froh, jede von euch kennengelernt zu haben, weil ich auch immer wieder das Gefühl habe, dass jede von euch ein Aspekt von mir selbst ist. Also eine Facette. Und das ist eben wirklich so, dass wir alle Facetten von einem Geist sind. Und das ist jetzt nicht mehr Theorie für mich, sondern das wird allmählich, also wirklich gelebtes, gelebte Praxis. Und darüber bin ich froh. Ja, das ist eigentlich so mein Jahresresümee. Danke. Ja, dann möchte ich was zu meinem Brunnen sagen. Also ich habe ein sehr wichtiges Jahr hinter mir. Ich habe das sehr genossen. Vor einem Jahr war ich in einer Klinik. Ich hatte eine ziemlich schwere Depression. Mir ging es nicht gut und das ist schon auch die dritte innerhalb von zehn Jahren. Und das war so für mich ein ganz wichtiger Aufenthalt, weil ich einfach gemerkt habe, also ich war so ziemlich unten, wie sehr das doch, also dass ich die Hilfe von außen überhaupt nicht so in dem Sinn bekommen kann, bei den Themen oder bei dem, was ich eigentlich brauche. Und das ist mir so klar geworden, dass das mehr so diese Depression mehr in die spirituelle Richtung ging, gar nicht mal so Alltagsgeschichten oder so, sondern tatsächlich auch so diese Sinnfrage und dieses Ich wache in der Früh auf und war also eigentlich keine schöne Zeit und ich habe das Gefühl, ich habe mich dann einfach an Brunnen gesetzt und reingeschaut, so dieses ganze Jahr und war sehr, 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 sehr reduziert in vielem, also in fast allem, wenig geredet und viel da gesessen und geguckt und in Brunnen geguckt und mich auch somit mit einer spirituellen Linie auch ein bisschen genährt und sodass das für meinen Mann auch zum Teil schwer war mit mir, weil das war bis zur Langeweile. Also ich wollte nicht wegfahren und nicht wandern und ich habe einfach alles, also so meine ganze, das, was mich sonst so ausgemacht hat und auch Radeln und Sport und so, das war alles irgendwo, das konnte ich auch nicht und das war dieses da sitzen und in den Brunnen schauen, das war so richtig schön, so, also für mich und ich habe dann da sehr viel, also merke ich so auch gerade so die letzten Wochen eigentlich auch rausgeholt dann letztlich und das Wichtigste war im Grunde genommen oder ist im Grunde genommen dieses Gehen mit der Situation, also die Erwartungen auch in die Zukunft oder wie auch immer, die sind da, also da sind gar keine Spitzen irgendwie, sondern das ist, ja, das existiert im Moment gar nicht so, sondern einfach eher dieses Gehen mit dem Moment und ich merke, dass mich das flexibel macht und dieses nicht irgendwie nach vorne denken und so weiter, sondern dieses einfach da sein und das zu tun in dem Moment, was jetzt gerade gefragt ist und da habe ich das Gefühl, dass da so eine Lebendigkeit und eine Flexibilität auch jetzt langsam sich einstellt, wo wirklich jetzt ein Jahr lang fast tote Hose war, also gefühlt so, nach außen sowieso, also keine großen Bewegungen und aber innen ganz viel, innen ganz viel, ja und jetzt fühlt es sich so auch so ein bisschen golden an, aber noch nicht lange. Ich sitze auch am Brunnen, aber ich schaue nicht ins Wasser, ich höre das Geräusch, das Wassergeräusch, ich höre einfach das Geräusch und bin innen drin ziemlich still und es war ein Jahr mit extrem vielen unterschiedlichen Eindrücken, Gefühlen, Gedanken, Erfahrungen und mit in den unterschiedlichen, sehr vielen sehr, sehr unterschiedlichen Menschen begegnet und und auch sehr unterschiedliches bei mir innen und außen und im Moment ist einfach so ein Ruhemoment und ich habe gerade nicht das Bedürfnis, jetzt wirklich in die Zukunft zu schauen oder mir was zu wünschen oder so. Nee, als heute meine Freundin da, die da so ein, zwei Mal im Jahr im Hunsrück ist und mich dann besucht, gegangen ist, habe ich gesagt, ja es gibt wirklich sehr viele Menschen in meinem Leben, so wie du, mit denen ich so eine richtig innere Herzensverbindung habe und die so ab und zu auftauchen und die da sind im richtigen Moment und ja, wir haben uns angeschaut und sind uns einfach gefreut, weil ich das auch für sie bin. Ja, und mir wurde bewusst eben, als sie an der Tür stand, wie viele bei mir, wie viele Menschen ich da schon eben verabschiedet habe und mich gefreut habe und gewusst habe, du kommst wieder und wir haben eine innere Verbindung, die die trägt. Ja. Also von daher das Bild, dass ich an einem Brunnen sitze und einfach so um mich schaue, höre, was da los ist, höre, das Wassergeräusch, das das trägt, das vieles im Leben trägt, das ist für mich grad stimmig. Ich höre heraus, dass einige von uns zu so einer Art, also ein bisschen Gold oder ein bisschen mehr Gold oder zu so einer Stille gekommen sind oder zu dem Fließen mit dem, was ist. Und jetzt mal die Frage, nachdem wir ja Beatrice als junge Frau da haben, habt ihr das Gefühl, dass es auch was mit Älterwerden zu tun hat? Oder seht ihr da einen anderen Beweggrund, Hintergrund in diesen Dingen? Also für mich kann ich gleich sagen, ich sehe es schon mit der größeren Erfahrung und das größere Loslassen, sagen wir mal. Die Notwendigkeit zum Loslassen, das Leben dauert ja nun nicht mal ewig. Und dann, wenn man sich dessen bewusst ist, dann merke ich, viele Dinge, die vorher so wichtig waren, sind jetzt eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Und naja, gucken wir mal, was jetzt kommt. Kommen viel auch, die Dornen, die kommen ja auch immer wieder hoch, aber ich habe auch eine Gartenschere, ich kann die ja auch abschneiden. Und sobald ich dann Handschuhe anhabe, dann kann ich sie sogar noch wegtun. Meine Frage ist also die, meint ihr, dass es was mit Älter zu tun hat oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Für mich hat es nur bedingt mit dem Älter zu tun. Ich kenne diese großen Wellen in meinem Leben. Und natürlich lebe ich es jetzt anders als früher, aber diese großen Wellen, wo es eben wirklich auch stille Wellen gegeben hat, die hat es immer schon wieder, immer wieder in meinem Leben gegeben. Viktoria, jetzt bist du aber stumm, jetzt kann man dich nicht hören. Ja, nein, ich wollte nur, ich habe mich dann plötzlich an eine komische Situation einmal vor vielen, vielen Jahren in Italien. Mein Mann und ich, wir waren, also der Vater von Beatrice, wir waren auf unserem Honeymoon und wir waren auf dem Zug irgendwo in Italien. Und plötzlich ist ein ganz, ganz uralter Mann ins Wagen gestiegen und hat meinen Mann sehr nah angeschaut und hat gesagt, non ce rosa senza spine, non ce sabato senza sole. Und dann ist er weggegangen und dann war mein Mann so imponiert. Er hat dann ein Lied daraus gemacht und er hat das für, also jahrelang dann immer wieder so gesungen. Oh, soll ich auf Deutsch? Ja. Ja, ja, es gibt keine Rosen ohne Dornen und es gibt kein, das ist komisch, es gibt kein Samstag ohne Sonne. Also das ist natürlich ein Kontrast. Warum es gerade Samstag sein muss, weiß ich nicht, aber... Weil Sonntag kommt anschließend. Ah, ja, ja, okay. Aber irgendwie diese, die, die Dornen, die du abschneiden kannst mit deiner Schere, das hat mich dann plötzlich an diese Episode erinnert. Und, ja, heute habe ich nur diese, so Plattituden. Also, naja, Ticknahan ist vielleicht kein Plattitud, aber... Die Mudge und Lotus und Rosen und Dornen und... Aber die Sonne, die Sonne kommt immer. Ich habe ein Bild. Ich sitze sozusagen am Bankerl, am Brunnen. Der Brunnen ist hinter mir und da ist sowas wie... Also zum einen beobachte ich, ich erliege der Illusion, dass es irgendwann mal besser wird oder irgendwann mal ganz heil ist oder so. Also das ist so ein Riesenthema, womit ich ringe. Aber was ich als Perlenschnur sozusagen, die irgendwie, keine Ahnung, das Brunnenwasser hochzieht, das ist tatsächlich meine tägliche Diade. Das mache ich jetzt schon im zweiten Jahr. Und seit einem halben Jahr mache ich die Hexagramme. Also mit Inquiries, mit Einladungen selber, die... Also dass ich sozusagen jetzt schon fast ein halbes Jahr durch bin mit... Also im Prinzip dann eben 32 Hexagrammen alle fünfeinhalb Tage. Und das ist für mich eine Kontinuität. Also das ist wirklich wie ein roter Faden. Eben, ja, merke ich einfach, das ist für mich etwas, was mir Struktur und Halt gibt. Danke. Kannst du noch was dazu sagen, was das ist und was du da so machst? Denn mir sagt das gerade im Moment nicht so viel. Nein, also das sind Global Diet Meditations. Also die klassischen, das ist zurück, geht zurück auf Berner, hat der geheißen. Und ich habe da mal mitgemacht, der so auf Ramana Maharshi, also sage mir, wer du bist. Das ist so der Ausgangspunkt für die Diaden gewesen. Und immer wiederholt, fünf Minuten. Der andere hält nur den Raum. Eben wohlwollend, freundlich, nicht beurteilend. Und das ist entwickelt worden vor Corona online. Und das macht eben eine GFK-Trainerin, die hat das entwickelt, Global Diet Meditations. Und dann habe ich eineinhalb Jahre, habe ich eben täglich statt Meditation mache ich das. In der Früh um sieben. Das ist wirklich total kostbar und wichtig. Immer wieder nach fünf Minuten ist Wechsel. Und irgendwann in Mitte des Jahres habe ich eben beschlossen, ich mache die Hexagramme. Und die wechseln alle fünfeinhalb Tage. Zum Beispiel jetzt ist noch das Hexagramm 58 dran, Lebensfreude. Also aus der Unzufriedenheit in die Lebensfreude. Das wäre Schattengabe und dann eben Bliss in the City. Ich fühle mich nicht so, aber es ist wichtig, zum Beispiel die Frage, wie fühlt sich das an? Also allein die Fragestellung. Nicht normalerweise fragt man, was taucht auf? Also damit du wirklich tauchst und nicht aus dem Mentalen her antwortest. Sondern guckst, was kommt aus dir sozusagen raus? Und schöner noch finde ich eben diesen Zusatz eben, also zum Beispiel Bliss oder Ausrichtung auf das Höhere. Wie fühlt sich das an? Und schon bin ich mit diesem Bedürfnis verbunden. Also ich bin ganz glücklich über diese Art von Fragestellung. Und die habe ich ja jetzt im Laufe der letzten Monate selber oft entwickelt. Also zu den Hexagrammen, zu den aktuellen. Also das ist tatsächlich eine Perlenschnur. Danke. Zu deiner Frage, Heidi, auch von zuvor noch möchte ich, das hat mich jetzt beschäftigt, ob wir meinen, dass das was mit Malta zu tun hat, auch dieses Gehen irgendwie mit dem, was ist. Also das glaube ich ganz, ganz sicher. Also bei mir ist es so. Und ich habe jetzt so ein bisschen nachgedacht, warum. Also ich kann das für mich halt so beschreiben, dass so diese großen Erwartungen an das, was kommt, das ich eigentlich so von früher kenne, ob das dann Reisen sind oder Seminare oder Leute oder wie auch immer, dass diese Erwartungen jetzt eigentlich gar nicht mehr so da sind, sondern dass sich mein Fokus mehr auf so, ich würde es jetzt auch sagen, die Frauen im Brunnen richtet. Also auf meine Gefährtinnen und Gefährten. Ich glaube, Gisela, du hast das Wort, glaube ich, gebraucht. Gefährten, das ist auch eins meiner Lieblingsausdrücke und einfach, dass man, also diese Gefährten im Leben und auch was die Marie Rose gesagt hat, wenn man jemanden schon so lange kennt, also bei mir sind es halt in erster Linie eben Frauen, Freundinnen, wo ich auch sage, also das ist was, was mich total nährt, was sonst so diese Erwartung an Äußeres war irgendwie. Und das hat sich jetzt so verändert, also nur als kleines Beispiel, also eine Freundin, ich weiß nicht, ob ihr Kaspressknödel kennt, da haben wir so hin und her ge-sms-t und die hat mich dann zum Essen eingeladen an einem Samstag am Abend und hat gesagt, du weißt was, ich mache Salat und Kaspressknödel. Und dann habe ich sie spontan angerufen, habe ihr gesagt, also, dass ich mich so auf den Abend freue und wenn mir vor 15 Jahren jemand mich an einem Abend, an einem Samstagabend, wo normalerweise gerade alles viel, viel los ist, zu sowas eingeladen hätte, dann wäre ich fast beleidigt gewesen. Und das war aber einfach so schön, so normal und so schön und der Abend ist auch so schön verlaufen und so dieser Austausch, einfach dieser vertrauensvolle Austausch mit Menschen, wo man sich gegenseitig nähert, das steht für mich einfach ganz oben. Also jetzt Familie und das ist so schön irgendwie, so einfach und so schön und deswegen glaube ich für mich schon, dass das auch mit dem Alter was zu tun hat, weil ich meine, die Spanne, wo ich sage 15 Jahre, 20 vielleicht, also das ist ja wirklich, das kannst ja, also das ist ja, ja, kostbar. Das ist, ja, genau und das ist mir halt jetzt auch so bewusst und jetzt fällt mir auch gerade nochmal so ein Satz ein, es gibt zwei Leben und das zweite Leben beginnt, wenn du bemerkst oder wenn du checkst irgendwie, dass es nur ein Leben gibt. Also so ungefähr geht der und genau und das gefällt mir, genau. Ja schön, Annalisa, ihr habt miteinander gerungen um das Wort. Ja, bei mir ist es, ich kann gar nicht sagen, dass ich loslasse, es ist eher ein bei mir Ankommen, also ich habe so das Gefühl, ich bin mein Leben lang gekreist oder war irgendwie auf der Suche nach dem Wesentlichen, nach der Essenz und die ist mir jetzt vor ein paar Tagen gefühlt in den Schoß gefallen, also das fühlt sich jetzt jedenfalls sehr echt an und hat viele, oder nicht viele, sondern einige Themen, die mich lange, lange Jahre beschäftigt haben und auch sehr geschmerzt haben, zunächst mal wie einen Hintergrund gestellt, so nach dem Motto, ach, darum geht es gar nicht. So dieses zwischenmenschliche Ringen und so Fragen, die mich beschäftigt haben, bin ich gut genug, wenn man so will, oder habe ich überhaupt soziale Kompetenzen, wo ich einfach sehr mit mir gearbeitet habe und gerungen habe und jetzt habe ich festgestellt, eigentlich bin ich in diese Inkarnation gekommen, um das Wirken des Geistes in der Materie zu erforschen. Also das fühlt sich so nach einer Essenz an und in dem Moment sind die ganzen Dramen erstmal in den Hintergrund gerutscht, und plötzlich war einfach eine große Dankbarkeit da auch. Das hat sich dadurch gewandelt, dass es nicht mehr wichtig ist. Also insofern tatsächlich doch wieder loslassen, aber, was soll ich sagen, dadurch, dass ich so eine Perle gefunden habe, kann ich den Rest loslassen und der wandelt sich von alleine. Also das ist gerade momentan das große Wunder, an dem ich immer wieder staune. Und das hat sicher was mit Reife zu tun. Und insgesamt habe ich das Gefühl, die nächsten 30 Jahre möchte ich noch richtig fruchtbar nutzen, weil jetzt bin ich endlich da, wo ich die ganze Zeit sein wollte. Also jetzt geht es erst los bei mir. Ein bisschen spät sind da, aber warum nicht? Besser spät als nie. Geht mal wieder weiter. Sag doch noch mal was zu Südungarn. Ich bin neugierig, wieso jemand nach Südungarn auswandert. Das weiß ich auch noch nicht. Das ist ein ganz starker innerer Impuls, ein ganz starker innerer Impuls nach Ungarn zu gehen. Und dann habe ich immer wieder geschaut, in welche Gegend zieht es mich. Und irgendwie kommt Südungarn. Ich war da noch nie. Ich war in Ungarn bei einer Freundin zu Besuch dieses Jahr. Aber die ist mehr Richtung Plattensee. Also 40 Kilometer vom Plattensee entfernt. Und war in der Gegend, die mich anspringt immer wieder, war sie auch noch nie. Ich habe nur Sagen hören, dass es da schön sei. Und habe Fotos gesehen, die ich ansprechend fand. Und die Verwandten, denen ich geschrieben habe, die sagen, die melden mir zurück. Ah, bist du jetzt auf den Spuren deiner Ahnen? Weil tatsächlich, mütterlicherseits geht die Linie 1600 irgendwas bis nach Ungarn zurück. Und die sind immer mehr von Generation zu Generation mehr Richtung Norden gewandert. Also meine Mutter ist in Oberschlesien geboren. Und dann eben im Krieg nach Bayern gekommen. Ja, und vielleicht sind es auch die Ahnen, die mich rufen. Wer weiß. Das wird es rausfinden, wenn ich dort bin. Keine Ahnung. Ich muss sagen, Annalisa, ich bewundere dich. Also das ist noch immer für mich eine große Fantasie, einfach eines Tages zu sagen, ich möchte in so und so Ort jetzt leben und einfach hinzugehen. Und einmal haben wir das fast gemacht, wir waren auf einer Reise von Wien nach Portugal mit dem Auto über Santiago de Compostela. Das war eine Art Pilgerfahrt, aber nicht wirklich. Und wir waren in Hautein in Frankreich, wo diese wunderschöne Roman, also die Kirche ist eine der berühmtesten romanischen Kirchen mit wunderschönen Skulpturen auf der Fassade. Und wir haben uns, wir haben ein Schild gesehen, es hat gesagt, also Wohnung zu mieten. Und wir fanden dann den Agenten und wir haben das fast gemietet, also in dem Augenblick, weil ein riesengroßes Fenster, es war eine sehr kleine Wohnung, aber es hat ein riesengroßes Fenster, das genau auf der Höhe von der Fassade von der Kirche, also wo man reingeht. Also ich soll das eigentlich auf Deutsch schon wissen, da ich Kunststörkerin bin. Und das war irgendwie so außerirdisch, also diese, ich weiß nicht, Christus und also Hautein kann man dann nachschauen, kann mich nicht mehr erinnern, aber diese wunderschöne Skulptur über tausend Jahre alt, das war man dann täglich, also Kaffee trinken und essen. Und das war ein Impuls und leider, aber das ist immer für mich so fast wie eine Metapher für das Leben, dass man Mut haben soll. Und einfach, wenn man eine abenteuerliche Idee hat, soll man das eigentlich folgen irgendwie. Und ich will nur sagen, also toi toi toi, und ich werde dich in Ungarn besuchen. Ja, und ich wollte dazu sagen, was du gesagt hast, dass du diese Essenz gefunden hast, das hat mich wirklich sehr berührt. Weil das ist ja sowas, was man eigentlich, wie soll ich denn das sagen, eigentlich ist das völlig selbstverständlich, aber man sieht das nie. Und wenn man dann plötzlich hinkommt, toll. Mir ist es ein bisschen ähnlich gegangen, aber ein bisschen anders auch. Ich habe das Gefühl, ich bin im Moment da, um sozusagen zu bezeugen, was in der Welt los ist oder im Innen und im Außen. Gar nicht groß was tun, außer dass wir miteinander reden oder so, aber irgendwie. Und ich habe auch mit jemand, die hier ist jetzt gerade, darüber gesprochen und die fand es dann den Ausdruck bezeugen so hilfreich. Und da ist mir das klar geworden, ja, ich glaube, das ist das, was ich mache. Man macht natürlich alles Mögliche, andere auch noch, aber dass das da zugrunde liegende ist, so den Rahmen bilden, von außen zuzugucken, dabei zu sein, aber trotzdem irgendwie diese Sicht zu haben, sowohl was die innere Entwicklung betrifft, als auch die äußere. Ich weiß nicht, ob das so ähnlich resoniert, aber das hat mich daran erinnert, als du das sagtest. Mit der Essenz, das berührt mich gerade auch so, weil ich so auch an den Punkt jetzt gekommen bin, dass ich klarer einfach habe, was vorher so Visionen waren, dass ich klarer einfach habe. Ja, durch die innere Arbeit einfach, dass ich da immer so eine Sehnsucht nach Frieden hatte und ich jetzt so das Gefühl habe, da bin ich auch ein ganzes Stück angekommen und jetzt so diese Vision, das nach außen zu tragen. Also, dass ich von dem, was ich selber an Prozesse durchgemacht habe und auch an Krisen durchgemacht habe, dass ich da was, ja, weitergeben kann oder möchte. Und das ist eigentlich, ja, da bin ich ein Stück weit angekommen, auch durch meinen beruflichen Weg jetzt. Ich bin Ärztin und ich bin aber jetzt ganz Richtung Palliativmedizin und das passt eigentlich auch. Das ist mein, das kann ich, ja, also da kann ich auch was zu sagen und das kann ich auch gut halten. Und habe mich natürlich dadurch viel mit dem Tod auseinandergesetzt. Und für mich ist es einfach so, so diese Vorstellung, noch ein Jahr zu haben und dann zu gucken, wie man dann jeden Tag angeht. Das ist so mein tägliches, wo ich immer wieder denke, was ist jetzt wichtig und wofür bist du dankbar und was sind die Juwelen, die du auch hast und dieses Loslassen dann. Also, das ist einfach, wo ich jetzt dran arbeite, wo ich mich aber auch so drüber freue, dass ich an dem Punkt jetzt bin. Ja. Wenn jetzt nichts Neues aufkommt, dann könnten wir einen Checkout machen und da könnt ihr ja noch was reingeben, was noch nicht gesagt worden ist. Die Beatrice muss bald gehen, also vielleicht dürfen wir anfangen. Ich will nur sagen, also was ich, vielleicht verhelfe ich das. Hör du Lera. Verzeihung. Loslassen, das habe ich irgendwie immer wieder, also bei diesem Treffen gehört und das ist gerade, was ich täglich bei meinen buddhistischen Studien, also ich bin sehr mit Loslassen beschäftigt und vielleicht deswegen habe ich das besonders gehört heute, aber ich finde das eigentlich als ein sehr schönes Thema für das kommende Jahr irgendwie und nicht loslassen im, also, weil wir alt sind. Ich fühle mich wahnsinnig alt, also, weil ich Arthritis habe und das ist sehr schwierig für mich jetzt Geige zu spielen und irgendwie denke ich, naja, ich bin uralt jetzt, es ist, mein Leben ist vorbei. Aber irgendwie dieses Loslassen, wo man der Buddha sagt, also, wenn man ein bisschen loslässt, dann ist man ein bisschen frei. Wenn man viel loslässt, ist man also mehr frei. Aber wenn man alles loslässt, dann ist man wirklich frei. Und irgendwie, wenn ich das höre, bin ich so erfreut, dass diese Freiheit, also kann man, also kann nichts Schönes. Also, das ist mein Checkout und Beatrice, du musst schon Checkout machen. Ich weiß nicht, was ich sagen kann. Es war alles sehr interessant und es freut mich hier zu sein und vielleicht komme ich in ein neues Jahr nach diesem zum Treffen. Sie geht jetzt zu einem Mittagessen mit einem 95-jährigen Mann. Also, sie hat ihn beim Tanzen, apropos Tanzen von Anna, beim Tanzen kennengelernt. und er hat urgroß Kinder, no, wait, Enkelkinder, Urenkelkinder hat er schon. Und die Beatrice ist so mehr oder weniger wie ein Urenkelkind. Aber er hat sie zum Mittagessen eingeladen, weil er seine Weisheit weiter, whatever. Oh, apropos von, 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 Alter, or whatever. All right, goodbye. Wir geben weiter. Wir geben weiter. Oh ja, wir müssen weitergeben. Okay, an die... Munja. Okay. Munja. Ja, ich möchte euch nochmal daran erinnern, dass jetzt die Raummächte sind. Das heißt, die Träume beachten, die kommen. Ich habe, Munja, ich habe über dich die letzten paar Tage gedacht. Ich, 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 was the attempt? Versuchen? Du hast versucht? Ja, meine, meine Träume zu, zu, ähm, schreiben. Aber ich habe gestern, letztes Nacht habe ich das vergessen. Aber, ich weiß nicht, ja, es ist interessant. Und, und vielleicht werden wir darüber sprechen ins nächste Women's Matters oder etwa. Okay. Okay. Aber worauf es aber auch ankommt, ist, also, das Gefühl, weil wir von Gefühlen gesprochen haben. Welches Gefühl hinterlässt dieser Traum in mir? Ähm, also, ist es stressig oder ist es angenehm? Oder, und ich muss ehrlich sagen, meine Träume zumindestens bis April, Mai, sind also sehr angenehm. Ja, also, ich bin ziemlich ausgesöhnt mit allem. Und, ähm, das wünsche ich euch auch allen. Ähm, ähm, loslassen hat so ein, ich weiß nicht, irgendwie eine negative Konnotation. Und das stimmt überhaupt nicht. Das ist eigentlich Erleichterung. Not, um etwas loszulassen, Erleichterung. Und hängt davon ab, wie leicht man werden will. Ob man es wirklich nur noch als Luftballon herumschwebt. Ähm, das ist nicht, ich bin sehr geerdet. Aber, ja, ist eine Altersfrage. Und je Eltern wird, umso erleichternder ist es, wenn man etwas nicht mehr machen muss. Oder unbedingt sich genötigt fühlt, das zu machen. Also, ich danke euch für 2022 und freue mich auf 2023 mit euch. Du hast nicht weitergegeben. Ist es eine Notwendigkeit? Wer fühlt sich gedrängt? Anna, du lächelst. Komm, ich gehe weiter an dich. Meinst du mich jetzt? Oder wie meinst du? Ja, okay. Anna, habe ich gemacht. Anna, okay, gut, Anna. Okay, also die alte Frage ist, also ich bin auch dankbar für den Brunnen und für das Dasein und dass es jetzt 20 Uhr ist und dass ich beides kann, tanzen und eben zum Brunnen kommen. Also dafür bin ich äußerst dankbar. Wo der Knopf ist zum Loslassen, also oder es ist halt der Satz, also es ist glaube ich Osho und das ist ja auch irgendwie eine bekannte Tatsache, du kannst nur loslassen, was du hattest. Und es hat sich einfach so viel nicht in meinem Leben erfüllt, dass ich wirklich frage, wo ist der Knopf zum Loslassen. Also es ist für mich eine offene Frage. Also schon klar, keine Erwartungen mehr haben, sondern diese Offenheit für das, was das Leben bringen mag. Ja, und trotzdem, der Schmerz dessen, was sich alles nicht erfüllt hat, der ist, trägt mich, ja, ist schon ganz essentiell. Aber ich habe drei W sozusagen in den letzten Jahren herausgefunden, so für mich, worauf möchte ich mich ausrichten, weil ich ja so mental solche Verteidigungsmauern habe, dass ich eben sage, Wärme, also Herzenswärme, Wärme, Weichheit, also immer softening the heart, weich und Würde. Das sind meine drei Keywords. Danke, ich gehe weiter an die Marion. Wärme, also Herzenswärme, Weichheit, also nicht eben hart werden, sondern weich bleiben, softening the heart und Würde. Ja, das sind halt drei sehr schöne Begriffe. Also für mich ist Loslassen, hat das immer auch die Bedeutung, das Leben loslassen. Und alles loslassen heißt ganz einfach Tod, heißt ganz einfach sterben. Das ist so. Auch, das ist eben auch so, so kann man es auch, so höre ich es immer wieder. Von daher ist Loslassen für mich jetzt eher beängstigend, als inwieweit, ja, inwieweit bin ich dabei, so weit loszulassen, dass ich jetzt demnächst sterbe oder nicht, ne, ja, zum Thema Loslassen. Hatte ich nämlich kürzlich jetzt gezogen und war kürzlich auch im Gespräch in der Gruppe, in der Wirkstatt, wo ich zu Hause bin und im Organisationskreis drin. Und da ist mir das nochmal bewusst geworden, dass ich auf Kriegsfuß stehe mit dem Begriff Loslassen. Und wieder wird mir einmal bewusst, wie man Begriffe so unterschiedlich hören kann, also wirklich so unterschiedlich, ne, dass sowas Individuelles ist. Ja, ich habe jetzt gerade, ich wünsche euch einen schönen Übergang und freue mich auch darauf, wenn wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Dann gebe ich weiter. Also der Begriff oder der Satz, mit dem ich gerade gehe oder schon, ja, schon eine Zeit gehe, der ist, der ist, der ist inspiriert von Prinz Philipp, von dem Mann, von der Queen, von der ehemaligen und zudem hat man mal gesagt oder ihn gefragt, was so sein Job eigentlich ist und der hat einfach gesagt, ich bin da. Und das ist jetzt so mein, gerade mein Satz. Ich bin da. Also so mit allem und ja, mehr ist gerade nicht, aber für mich ist das ganz schön viel. Gerade. Ich gebe weiter an die Gisela. Bei mir hat das Thema Loslassen so ein bisschen an Angst verloren, weil ich mir auch so da den Prozess der Vergebung damit sehe. Und den kann ich in dem Tempo machen, gegen mir gegenüber, anderen gegenüber. Und ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess, wo man nie zu spät mit anfangen kann, sondern es macht befreit und es macht leichter. Ja, ich war jetzt das erste Mal dabei. Habe schon das Gefühl, euch irgendwie schon länger zu kennen. Freue mich auf das nächste Jahr dann mit euch. Ich wünsche euch alle einen guten Start ins neue Jahr. Ich glaube, Annalisa hat du? Ja. Ja, ich habe gerade nochmal gedacht, Monja, du hast gesagt, auf die Träume achten und auf das, was dich an Gefühlen auslöst. Und da kam mir wieder, ich träume meistens nicht oder wahrscheinlich träume ich schon, aber ich erinnere mich nicht und weiß noch nicht mal, mit welchem Gefühl das verbunden ist. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich das ja. Vielleicht träume ich im neuen Jahr und lass mich mal überraschen. Ich habe in den Rauhnächten mache ich immer wieder auch meine Vorausschau, wenn man so will, mit Tarotkarten. Und die begleiten mich dann das Jahr über. Das ist wirklich faszinierend, die Karten, die ich im Januar gezogen habe. Und ich mache dann immer ein Foto davon und dann schaue ich nach, was passiert. Oder wie passt es dazu oder was für ein Fokus wäre vielleicht hilfreich. Und das trifft es erstaunlich gut immer wieder. Und das war jetzt tatsächlich auch mit eine Entscheidung, wann fahre ich nach Ungarn, um mir was anzuschauen. Das ist tatsächlich, ich habe das diesmal gemacht, nicht kalendermonatsweise, sondern vom Tierkreiszeichen zu Tierkreiszeichen. Also um den 21. rum wechselt die Sonne ja immer in das nächste Zeichen. Und da ist dann tatsächlich eine Sequenz, wo es darum geht, die neuen Impulse zu finden. Und dann dachte ich, was kann es Besseres geben als Voraussetzung dafür. Und im Moment ist tatsächlich noch eine Zeit, wo die Kraft nicht fließt, wo sie nicht fließen will. Wo auch die persönlichen Leidenschaften möglicherweise mit mir durchgehen würden. Und das ist gut so, dass ich da noch vielleicht mit den Hufen scharre, aber nicht vorwärts gehe. Ich freue mich jedenfalls schon sehr aufs neue Jahr und auch euch wieder zu sehen jeden Monat. Das ist auch immer ein Highlight. Ja, ich gehe weiter. Ich glaube, es bin ja noch ich, oder? Ja. Ja. Loslassen. Aber du hast von diesen ganzen Karten und das ist ja irgendwie Astrologie, Tierzeichen und so. Ich habe es immer noch nicht geschafft, mich damit zu befassen. Und ich habe schon das Gefühl, dass es was Wichtiges ist. Aber ich kann es nicht für mich verwenden. Das ist schade irgendwie. Aber was Loslassen betrifft, bei mir ist es jetzt mehr oder weniger viel prosaischer. Wenn ich also es schaffen würde, hier eine Gemeinschaft aufzubauen, beziehungsweise ich arbeite mich jetzt in Genossenschaft ein, was das bedeutet und sowas. Da denke ich mir auch manchmal, da musst du ja auch dann einiges loslassen. Jetzt residiere ich da, und wenn da mehr Leute sind und die dann nicht nur Gäste sind, sondern dann ständig da sind, dann bin ich gerade dabei, mich langsam daran zu gewöhnen, dass ich mir das vorstellen kann, dass es anders auch gehen könnte. Und ja, mich hineinzufühlen mehr als mit dem Kopf das so groß zu besprechen. Es ist im Moment für mich Loslassen, Loslassen üben. Ja, und dieses Jahr erst mal Loslassen, was ja eben auch einige Dornen hatte, aber auch einige goldene Funken. Ich danke euch für dieses Jahr und auch für die Inspiration. Also ich war vorhin todmüde, ja, und jetzt bin ich gar nicht mehr. Also es ist immer wieder diese schöne Erfahrung. Ich danke euch für die Energie, die wir gemeinsam da erzeugen und uns gegenseitig schenken. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, aber hoffentlich nicht auf dem Eis, sondern irgendwie anders mit einem Glas Sekt oder so. Und dann bis Januar. Macht's gut. Nur eines wollte ich noch sagen. Ich habe gelesen, dass Weihnachten, also 25. Dezember hier in San Diego, wo wir wohnen, also der heißeste Temperatur in ganz Vereinigten Staaten, inklusiv Hawaii und Miami und alle die, obwohl wir also ein bisschen so siberisch ausschauen. Ja, gut. Da könnt ihr mal baden gehen, nicht im Meer. Macht's gut. Tschüss. Dad, das ist viel lustig. Das ist viel lustig. Vielen Dank.